Wenn gerade jemand den Mund öffnet und spricht und du denkst dir im ersten Moment schon, uh, das wird jetzt ganz schwierig zum Zuhören. Was in einer Stimme ist es eigentlich, das uns entweder so anzieht oder so abstößt? Und gibt es wirklich keine zweite Chance für den ersten Eindruck? Diese Fragen möchte ich gerne heute mit euch diskutieren. Bleibt dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Vom Stimmbesitzer zum Stimmbenutzer werden, das ist die Devise meines Podcasts. Und ich habe mir einen Gesprächspartner eingeladen heute, bei dem es in erster Linie darum geht, Wie wirst du vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer? Andreas Giermeier, willkommen. Andreas. Servus, lieber Arno. Grüß dich. Ich freue mich sehr, bei dir zu Gast sein zu dürfen und meine Ideen mit einzubringen und vor allen Dingen auch von dir das eine oder andere zu erfahren, weil du bist halt doch in der Stimme und in der Wirkungsthematik um einiges voraus. Und da freue ich mich sehr drauf. Ja, detto, detto. Wir werden unzweifelhaft, das merke ich in unseren Gesprächen immer wieder, interessante Berührungspunkte sehen, weil das Gehirn ist ja immer mit dabei, wenn wir kommunizieren. Und insbesondere auf Seite jener Menschen, zu denen wir sprechen, also in denen die gewünschte Wirkung entsteht. Da stellt sich ja immer die Frage, was tut das Gehirn und warum reagiert unser Gehirn, wenn wir jemanden hören, wenn wir eine Stimme hören, mal so oder in der berühmten anderen Art und Weise. Wir haben uns in unserem Vorgespräch ja durchaus schon ein bisschen in Hitze geredet, in der Diskussion über die Frage, wieso eigentlich empfinden wir manche Stimmen ganz spontan so unglaublich sympathisch und manche so gar nicht. Ja, und vor allen Dingen, weil wir ja heutzutage viel mehr fokussieren auf das Äußere. Wir sehen Leute und denken uns, ach, der ist hübsch oder die ist richtig schön anzusehen. Und in dem Moment, wo dann das erste Wort, also ich kann mich schon in meiner Historie, meines Lebens, erinnern so manche richtig wunderschöne Frau, in dem Moment, wo sie dann zu mir gesprochen hatte, habe ich mir gedacht, okay, die kann noch so schön sein. No way. Und dieser Sympathiefaktor, das ist unglaublich spannend, was da ausgelöst wird im Körper. Diese Schwingungen, die da mitkommen, es ist im Prinzip nicht logisch erklärlich irgendwo und doch sind es Mechanismen, die zum Teil steuerbar sind. Also natürlich, wir nehmen es unbewusst wahr, aber von der Senderseite, behauptest du, und ich glaube dir halt einmal, hätten wir da schon die Möglichkeit einzugreifen und vielleicht auch das eine oder andere an der Stimme zu tun, dass wenn wir denn eine Stimme hätten, die vielleicht im ersten Anmut nicht so sympathisch rüber käme, Ja, ja, aber da ist ja immer die ketzerische Frage, wieso klingen manche Stimmen so und andere so? Ist das nicht ohnehin gegeben? Kann man das beeinflussen? Bevor wir uns aber die Frage stellen, wie kann ich es beeinflussen? Lass uns doch nochmal die Blickrichtung wechseln und lass uns nochmal schauen, wie entsteht denn eigentlich dieser Eindruck im Zuhörer? Denn so wie du es erzählst, das ist immer wieder, auch in meinen Vorträgen so der erste Lacherfolg, wenn ich so die Frage stelle, naja, vielleicht haben Sie das auch schon mal erlebt, liebe Zuhörer oder liebes Publikum, die Tür geht auf, es kommt ein Mensch rein, den Sie noch nie gesehen haben, Ihr Auge reagiert sofort und nehmen Sie mal an, Ihr Auge schaut wohlgefällig hin und wechseln wir mal die Geschlechtsperspektive. Die Frau sieht einen Mann, der schaut echt schnuckelig aus, gut gekleidet und interessante Gestalt, kommt bei der Tür rein, alles passt und das Auge sagt, ja, interessant. Ja, und dann kommt dieser magische Moment, in dem dieses Geschöpf das erste Mal den Mund öffnet. Und jetzt gibt es im Grunde immer nur zwei Möglichkeiten, da gibt es nicht besonders viele Variablen. Entweder der erste Eindruck wird deutlich verstärkt, oder? Und dieser im persönlichen Kontakt der allererste Eindruck ist immer ein visueller Eindruck, der wird multipliziert, kann man manchmal sagen, gesteigert, oder aber das Gegenteil ist der Fall und der allererste Eindruck wird dramatisch konterkariert. Und das, was man gerade noch als beeindruckend erlebt hat, wupp, da ist jetzt eine Störung drinnen, da ist irgendwas nicht mehr konkurrent, da passt irgendetwas nicht zusammen und ab dem Zeitpunkt sagt uns die Psychologie, du wirst es vielleicht etwas näher bezeichnen können, dieser Effekt, der bis zu zehn Minuten anhält, also diese Filter der Wahrnehmung sind jetzt gesetzt, irgendwas stimmt nicht und das Gehirn sucht dann unwillkürlich noch bis zu zehn Minuten Fehler in irgendetwas, was da daherkommt. Ja, ich würde das Wort für die, die es interessiert, den Halo-Effekt mit einstreuen, wo wir von einem Merkmal einer Person plötzlich auf andere schließen, die vielleicht gar nicht auf die Person zutreffen, aber wenn jemand eine lalalala leicht zurückhaltende Stimme hat und dann auch noch lalalala leicht dann haben wir vielleicht nicht den ersten Eindruck, dass das eine wirkliche Führungskraft sein könnte, auf die wir hören wollen, auf der wir folgen sollen oder wenn der dann vor einer Gruppe steht, also ich bin ausgebildeter Wirtschaftslehrer, Wirtschaftspädagoge und habe natürlich dann auch vor Klassen stehen dürfen und da ist natürlich ganz, ganz wichtig die Wirkung, weil da hast du irgendwie 30 Schüler vor dir, die alle mitten in der Pubertät eigentlich andere Geschichten gerne tun würden, um die Uhrzeit, wo du ihnen versuchst beizubringen, was sie jetzt eigentlich lernen sollten und da ist es ganz wichtig, zum Teil natürlich die freundschaftliche Geschichte zu haben, wenn man eben aber so nah am Alter ist, wie ich es damals war, also ich war keine Ahnung, 30, sie waren 15, also es war jetzt nicht so dramatisch unterschiedlich, dann ist es umso mehr wichtig, auch diese gewisse Art von Führung hinzukriegen und das passiert durch Stimme, viel durch Stimme, natürlich auch durch Haltung, durch alles, aber Stimme ist ein wichtiger Faktor und weil du gesagt hast, wir sehen ja immer zuerst den Menschen, es stimmt und stimmt wieder nicht, wenn ich dann denke an Audiogeschichten, sei es am Telefon, viele Menschen, die am Telefon verkaufen, die über das Telefon Kontakte herstellen, viele Menschen, die Podcasts hören, die Radio hören oder auch beispielsweise, wenn wir ins Fernsehen uns denken, ein Großteil der Fernsehprogramme bei uns wird synchronisiert und wenn du dir einmal anschaust, was die Stimme für einen Unterschied macht, wenn du vergleichst beispielsweise die deutsche Stimme eines Schauspielers und dann irgendwann den im Original hörst und denkst, um Gottes Willen, wenn der schon immer so geredet hätte, den hätte ich mir nie mehr angeschaut, aber die deutsche Stimme war so toll oder umgekehrt. Ja, da berührst du ein ganz interessantes Phänomen, das den meisten Menschen, also den meisten Fernsehzuschauern gar nicht bewusst ist, dass es überhaupt synchronisiert ist, weil man den Bruce Willis zum Beispiel oder ich weiß nicht, welchen berühmten Schauspieler oder eine berühmte Schauspielerin ganz automatisch mit dieser Stimme identifiziert. Das macht einen großen Teil der Sympathiewirkung dieses Schauspielers, dieser Person, dieser Persönlichkeit aus mit der geliehenen, geborgten Stimme. Und immer dann, wenn bedauerlicherweise, was ja einfach im Leben so passiert, wenn dann Synchronsprecher das Zeitliche segnen und dann plötzlich eine neue Stimme, also dasselbe Gesicht mit einer neuen Stimme am Screen auftaucht oder auf der großen Leinwand am Silverscreen, dann sind wir, naja, durchaus schockiert oder können das gar nicht so ernst nehmen, weil das nicht mehr derselbe Mensch ist. Ja, absolut. Und also ein Fallbeispiel ist Tom Hanks. Genau, weil die Persönlichkeit einfach in so hohem Ausmaß über die Stimme repräsentiert wird. Jetzt aber, lass uns nochmal zurückgehen zu dieser Wirkung. Eine kleine Anmerkung noch, weil du zuerst diese auch sprachliche Behinderungen ansprichst. Das ist ja nun etwas, das hilft ja manchmal nichts, wenn ich jetzt durch was auch immer mit irgendeinem sprachlichen Holperer umgehen muss als Sprecher, weil durch irgendeinen Gehirnstoffwechsel oder durch irgendetwas die Worte halt nicht so in der gewünschten Weise herauskommen, wie es halt sonst normal ist. Ja, der allererste Eindruck ist hier ganz offensichtlich irritierend. Viele, viele Menschen können damit schwer umgehen. Ich denke aber, es gehört zum Erwachsensein dazu, in der Lage zu sein, auch ein zweites Mal hinzuschauen und ein zweites Mal hinzuhorchen. Und diese Diskrepanz, die in uns entsteht, auch zu reflektieren, also wahrzunehmen, dass diese Diskrepanz in uns entsteht, die Irritation, die es in uns auslöst, da haben die Spiegelneronen einen ganz großen Anteil, gerade bei so sprachlichen Holperern, man holpert quasi innerlich muskulär mit, das irritiert körperlich, das aber zu reflektieren und damit umzugehen und sich dann im zweiten Schritt, beim zweiten Hinhorchen ein erwachsenes, neues Bild von diesem Menschen zu machen, mit all den Ressourcen und Kompetenzen, die dieser Mensch besitzt, das gehört, finde ich, ja zum Erwachsenen Dasein dazu, also nicht nur dem allerersten Eindruck blind oder taub, oder wie soll man sagen, taub ist jetzt falsch, weil man hört es ja, also quasi ausgeliefert zu sein, werden, bevor wir auf den Aufnahmeknopf gedrückt hatten, kurz über das Stichwort Manipulation gesprochen, also das, was dieser Eindruck mit uns tut, auch wahrzunehmen und zu erkennen und dadurch in der Lage zu sein, uns zu erheben von, über das und drauf zu schauen, was passiert mit mir, denn passieren tut es. Also diese massive Wirkung, die einfach die Sprechweise, der Ausdruck, also das persönliche Verhalten von Menschen uns gegenüber in der Kommunikation tut, das, was es an massiver körperlicher Auswirkung tut, das zu erkennen, zu erfassen, weil verhindern lässt sich das nicht, das sieht man im persönlichen, eher so im täglichen Erleben, aber die Forschung zeigt uns ja heute auch ein bisschen genauer, warum das so ist, warum das alles so stark wirkt und warum es wirkt, bevor wir es überhaupt rational bemerken können. Aber da sind wir vielleicht ohnehin jetzt bei diesem Punkt, wir hatten ja ursprünglich die Frage in den Raum gestellt, wie ist es mit der Sympathie, also wie entsteht, ja, jemand spricht und man sagt, wir könnten ja jetzt so spirituell sagen, wenn es dann schwingt, wenn es zwischen uns schwingt und einfach stimmt, es hat einfach gepasst, jedes Wort hat gepasst. Man hört irgendwie, man hört jemanden sprechen und man ist verzaubert. Man ist verzaubert, ja, und diese Person wirkt auf mich einfach sympathisch. Denken wir uns das vielleicht am Telefon, so dass man diesen verführerischen visuellen Eindruck mal wegtun und uns ganz auf den Ton konzentrieren können, oder? Also mal die Idee, ich habe jetzt meine iPods oder wie die Dinger heißen da im Ohr und höre, damit ich besser höre, auf beiden Ohren einen Gesprächspartner und ich habe jetzt jemanden in der Leitung und ich denke, naja, kann ich stundenlang zuhören. Was passiert hier eigentlich? Und es gibt schon Erklärungsmodelle dafür und ich mag gern ein paar Ideen einbringen oder ein paar Grundsätze vielleicht diskutieren mit dir, um auch zu schauen, was du aus deiner Perspektive dazu sagst. Sehr gerne, ja. Ja, also ich gehe mir ganz grundsätzlich von dem Modell aus, dass was immer in der Perzeption, heißt es so schön, in der Wahrnehmung auf uns einströmt, am Eindrücken, in dem Fall ein Ton, dass der in unserem Gehirn in zeitlich nachverfolgbaren Schritten immer zuerst in den ganz alten Bereichen des menschlichen Gehirns überprüft wird auf Reaktionsnotwendigkeit und dann im nächsten Schritt, im nächsten jüngeren und dann ganz am Schluss erst im Verstand, könnte man sagen, also im Cortex, dort wo auch das Sprachzentrum sitzt, überhaupt erst dort die Worte verstanden werden. Also das Stammhirn, also die ganz alten Elemente des Gehirns, die überprüfen immer zuerst, was tut der Ton, muss ich flüchten, angreifen, muss ich mich totstellen, muss ich also Überlebensmechanismen einschalten. Ist es eine Gefahr? Ist es was, wenn jemand in einer Situation plötzlich laut schreit und hysterisch, das macht was mit dir, ob du willst oder nicht, das, wie du sagst, das geht eins zu eins ins Reptilienhirn, wie es die Vera Birkin immer bezeichnet hat. Reptilienhirn, ganz genau. Und dieses Reptilienhirn, dieses Stammhirn, hat im Grunde nur drei, jetzt aus der Warte der Kommunikation aus betrachtet, nur drei Reaktionsmöglichkeiten. Also darum reagieren wir auf einen lauten Ton neben uns mit also körperlichem Erschrecken. Also das heißt, da fährt uns Adrenalin in die Muskeln ein, die Muskeln werden aktiviert. Terror. Abwehrspannungen werden ausgelöst im Körper, ob die jetzt Richtung Angriff oder Richtung Flucht sind, manchmal sind sie beim Erschrecken Richtung Erstarren ausgerichtet. Wenn wir jetzt aber schauen, was heißt das jetzt in der ganz normalen Kommunikation, also welche, weil ich meine, wenn wir miteinander reden, dann ist jetzt der Faktor Erschrecken wahrscheinlich nicht so wichtig und da treut auch keine Gefahr, weil ich höre, es ist eine menschliche Stimme und die Stimme ist bei mir am Telefon. Also um das geht es ja nicht. Hingegen in demselben alten Reptiliengehirn wird zum Beispiel auch entschieden, ob dieses Geräusch, also dieser Ton, diese Stimme abwechslungsreich klingt. Wenn dort nämlich immer derselbe Ton daherkommt, dann sagt das Reptiliengehirn relativ schnell, naja, da muss ich die Aufmerksamkeit nicht hintun. Lach, mein Kindlein, schlaf jetzt da geht es jetzt wirklich um die Steuerung der Aufmerksamkeit. Jeder von uns, der schon mal in einer Präsentation drinnen gesessen ist und da vorne plätschert so dahin oder heute online, ja, wenn da so ein Webinar läuft oder irgendeine Online-Veranstaltung und das spricht so vor sich hin und das geht immer so ähnlich vor sich hin. Also ich muss jetzt nicht einschlafen, aber mein Blick wird von dort weggehen. Meine Aufmerksamkeit wird dann vielleicht im Raum herumgehen und mal schauen, was machen die Kollegen und jemand bohrt ihn dann aus. Der beste Test sind immer Kinder. Der beste Test sind immer Kinder. Mach Geschichten erzählen vor Kindern. Das ist der beste. So in dem Moment, wo sie zu ihrem Spielzeug greifen, hast du sie verloren. Da ist der Rapport weg. Wir haben ja Höflichkeit gelernt, so als Erwachsene. Und wir starren da nur aufs Handy. Aber naja. Ja, aber das heißt jetzt ganz praktisch wieder, wenn wir schauen, was tut das in der Business-Kommunikation, dann heißt das, in den ganz alten Schichten des Gehirns, geht es darum, immer wieder mal Aufmerksamkeitsreize zu setzen. Also mal etwas hervorzuheben. Dort gehört genauso dazu, mal eine Pause zu machen und dann wieder neu anzusetzen. Also all diese kleinen Dinge, die jetzt, wenn man es rhetorisch betrachtet, zu diesen ganz, ganz wichtigen rhetorischen Abwechslungsreizen gehören, so dass es nicht dahin plätschert. Aber mit Sympathie hat das immer noch nichts zu tun. Okay. Aber wir hassen uns ran, immerhin. Das, was im Stammhirn jedenfalls gewährleistet sein muss, ich darf nicht Unsicherheit empfinden. Also wenn ich vom Gegenüber zu starke Verteidigungs- oder Angriffsreize, also wenn das in mir irgendwas im Adrenergen-System auslöst, also wenn es nervt oder wenn es mich unangenehm berührt sozusagen, dann werde ich keine Sympathie empfinden, weil Sympathie ist ein soziales Attribut und das Stammhirn kann das nicht. Das kann sich nur um mich selbst kümmern und mich vor der bedrohlichen Umgebung schützen. Die nächst jüngere Etappe im menschlichen Gehirn, das limbische Gehirn, sagen wir es mal als Rahmenbegriff, das Säugetier-Gehirn, dort wo die sozialen Interaktionen sich gestalten und wo auch sich entscheidet, wie sehen mich die anderen, wie sehe ich die anderen und wo Sympathie entsteht oder nicht entsteht, das ist praktisch die nächste Schwierigkeitsstufe, also wenn ich ein Signal von außen empfange. Und jetzt können wir schauen, was ist denn dort notwendig, damit dieser Eindruck von Sympathie entsteht. Also wenn ich eine Stimme höre. Hirnbiologisch könnte man sagen, Cortisol, Stress, Adrenalin oder wenn du jemanden magst, Oxytocin, Endorphin, irgendetwas in die Richtung. In diese Richtung, ja. Das wäre ganz sicher, das wäre ganz sicher, also biochemisch könnte man das sicher so analysieren. Ein bisschen aufwendig, aber das ließe sich ganz sicher so machen. Jetzt sehe ich dort, jetzt wenn es um die Stimme geht, zwei große, unterschiedliche Aspekte. Denn ob ich eine Stimme, die Stimme eines Menschen als sympathisch empfinde oder nicht, hat natürlich auch mit mir und mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Das kann durchaus passieren, dass jemand anderer sagt, na, diese Stimme ist so toll. Und ich sage, also diese Stimme erinnert mich an die Tante Frieda und die hat mich als Kind immer abgeschmusst und irgendwie, das kann ich überhaupt nicht als sympathisch empfinden. Ich sage es ein bisschen banal. Dann wird praktisch meine Biografie die Wahrnehmung dieser Stimme beeinflussen. Das ist aber was, jetzt wieder trainingstechnisch, also als Coach betrachtet, das lässt sich schwer beeinflussen. Denn an wen oder an was ich mein Gegenüber erinnere, das kann ich verhältnismäßig schwer beeinflussen. Was ich aber sehr wohl beeinflussen kann, ist der Ton meiner Stimme. Und da wird es für mich wieder interessant. Und da habe ich jetzt im Laufe der vielen Jahre ein Quadrat an Stimmqualitäten herausentwickelt, dessen einen Eckpunkt wir bereits abgehakt haben. Wir haben nämlich gesagt, zu viele Stressspannungen dürfen in dieser Stimme nicht hörbar sein. Sonst empfinden wir sie nicht wirklich als sympathisch. Kleine Ausnahme wäre der Beschützerinstinkt. Ah, okay. Denn es kann durchaus sein, dass wir Menschen, die wir als beschützenswert empfinden, als sympathisch empfinden. Das wäre jetzt eine psychologische Spitzfindigkeit. Das eine, aber auch die andere Seite, jemanden, der uns Schutz bietet oder vorgibt, uns Schutz zu bieten, ebenso. Ich denke auch an manche Politiker, die in Krisenzeiten vielleicht vor Menschen stehen und Anleitungen geben, was jetzt zu tun sei und Menschen gerne folgen. Ja, aber das ist jetzt wieder ganz etwas anderes. Das wäre jetzt der zweite Eckpunkt meines Stimmqualitätsquadrates. Denn wie viel Sicherheit diese Stimme ausstrahlt, das tut mit mir ganz massiv etwas. Wie hört sich aber jetzt eine sichere Stimme an? Naja, wenn jemand unsicher ist, dann sind bestimmte Schutzmuskeln in diesem Menschen eine Spur angespannt. Das sind im Wesentlichen zwei oder drei große Körperbereiche, in denen Schutzaktivitäten muskulär stattfinden. Das ist der Schulter-Nacken-Bereich, dort wo wir uns gestresst fühlen. Der Trapezmuskel, sagt mein Trainer da, oh, hast du vielleicht Stress? Ja, so viel zu arbeiten. Das zweite wäre die Mimikmuskulatur, namentlich der Kaumuskel, wenn der gespannt ist. Und schon hören wir eine Stimme, die angespannt ist und etwas höher ist und etwas enger klingt und weniger aus diesem sicheren Klanghafen herausströmt. Also Menschen, die innere Sicherheit besitzen, die in sich ruhen und die auch von dem, was sie sagen, im Moment des Sprechens überzeugt sind, also die hinter dem stehen. Diese Stimmen klingen immer einen Tick tiefer, also dieser Mensch klingt in diesem Moment immer einen Tick tiefer, als wäre er gerade verunsichert, dann schnellt die Stimme bis zu einer Terz oder höher hinauf. Also das wäre ein Attribut. Und das löst in mir spiegelbildlich Sicherheitsgefühl aus. Denn über die Spiegelneuronen, das weiß man seit 1996, seit dem großen Rizzolatti-Experiment in Italien, werden diese muskulären Körperspannungen nicht nur übers Hinschauen übertragen, nicht nur übers Bild, über die Augen, sondern in ganz hohem Ausmaß über den Ton der Stimme. Da wirken die Spiegelneuronen. Und wenn jemand sicher ist und mit innerer Überzeugung über etwas spricht, dann löst es in mir auch ein gewisses innere Sicherheit. Das gibt also Sicherheit. Und das ist eine unglaublich stark beeinflussende Geschichte. Das heißt also, da ist die Chance, da ist schon etwas von Sympathie, kann da drinnen sein. Allerdings gibt es bei diesen Viereckpunkten des Quadrates auch immer eine Kehrseite. Wenn das nämlich zu massiv daherkommt, dann fühle ich mich gedrängt und dann erzeugt es in mir wieder diese muskuläre Gegenreaktion, nämlich dann bin ich sofort Druck erzeugt, Gegendruck, dann erzeugt es eine innere Abwehrreaktion und der Verstand schaltet dann ganz schnell um und geht in Opposition. Und dann haben wir unseren Sympathiebonus auch schon verspielt. Das kann teuer werden, wenn man das im Business macht, zum Beispiel. Ja, ja, wenn der Kunde dann davon schwimmt, weil vielleicht der Verkäufer nicht dazu in der Lage war, seine Stimme unter Kontrolle zu halten. Ja, das ist immer dann, wenn auf Druck verkauft werden will, also wenn jemand zum Beispiel gedrängt ist zu handeln im Verkauf. Ja. Das ist, wenn ich weiß, ich muss Umsatz machen und ich habe einen Spurleistungsdruck oder Erfolgsdruck im Genick und ich will dann zum Telefon greifen, dann habe ich ganz schlechte Karten, weil dieser kleine Stress, also diese Anspannung, die ist hörbar und die macht die Stimme eine Spur zu metallisch oder eine Spur zu hart und führt die Stimme aus dem Beziehungsbereich weg. Ja, also jetzt haben wir ein bisschen herumdiskutiert, unter welchen Umständen klingen Stimmen sympathisch. Ich habe noch ein Element, das sehr oft eine große Rolle spielt und das hat mit der Lebensenergie zu tun. Also wir alle, wir Menschen, ich sage es mal so verallgemeinend, wir sind bedürftig, wir sind energiebedürftig. Es gibt jetzt wenige Exemplare unter uns, die von sich aus die Lebensenergie gefressen haben schon als Kind und wie so ins magische Bad hineingefallen sind als Kind. Feier nach Obelix, ja. Feier nach Obelix, ganz genau und aus dieser inneren Stärke das Leben gestalten. Wir anderen brauchen immer mal von außen zugeführte Lebensenergie. Und wenn jetzt eine Stimme so ganz energielos dahin spricht, dann entzieht uns das Aufmerksamkeitsenergie, weil jetzt müssen wir Energie investieren, um zuzuhören, dabei zu sein, mitzuverfolgen. Und irgendetwas in uns, das ist unser Energieregulationsmechanismus, der Autopilot im Kopf, der sagt dann relativ rasch, kommt nicht in die Tüte, schreit woanders hin, lenke deine Aufmerksamkeit woanders hin. Das entzieht dir Energie. Stimmen, die als sympathisch empfunden werden, sind in der Regel Stimmen, die uns energetisieren. Und in einer technischen Stimmanalyse lässt sich das auch dingfest zu machen. Dingfest machen. Also erst wenn in einer Stimme Obertöne zwischen 2 und 3,5, 4.000 Hertz sehr energiereich sind, dann energetisiert das auch messbar unser Gehirn. Das heißt, es gibt so eine Art neuronales Feuerwerk in unserem Gehirn. Wir fühlen uns lebendig. Wir fühlen uns angeregt. Und das geben wir jetzt den positiven Eindruck dem Auslöser zurück und empfinden diese Menschen als positiv, als sympathisch. Das ist ein Aspekt. Ist das ein High on Voice, oder? Es gibt ja High on Drugs, ist das ein High on Voice. Naja, du kennst es vielleicht, es gibt Opernliebhaber, also die musst du aus der Oper rauszerren, weil diese hohen Töne, die hier auch mitwirken, so energetisieren. Ja, generell Musik auch. Also wenn du in einer schlechten Verfassung bist, dann hilft dir vielleicht eine Musik, die irgendeine Trommel hat, irgendeine Melodie hat, die dich wieder nach oben zieht. Das ist es häufig. Aber hier gibt es auch eine Kehrseite. Also du merkst, wenn wir so drüber sprechen, dann gibt es nie diesen einen Aspekt. Also auf die Frage, was ist eine sympathische Stimme, eine Antwort. Deswegen sitzen wir jetzt da, weil ich das bei dir so schätze. Weil du eben nicht daherkommst und sagst, ich habe das Erfolgsrezept für die Stimme, die zum Erfolg führt. Sondern du sagst eben, ich habe Zutaten. Diese Zutaten helfen dir, an deiner Stimme zu arbeiten, damit irgendwann was Gutes bei rauskommt. Aber das ist für jeden anders und für jede Situation auch anders. Situation. Da bist du jetzt am entscheidenden Punkt. Denn den letzten Punkt, den ich noch ansprechen will, das hat wieder mit Energie im Grunde zu tun. Stell dir mal vor, du bist gerade furchtbar aufgeregt, weil jetzt ist was passiert und es geht dir unglaublich auf die Schnürsenkel. Also du merkst, in dir ist Ärger und vielleicht sogar Zorn oder Wut. Irgendetwas hat überhaupt nicht geklappt. Jemand hat dich noch angemosert im Gespräch und du merkst, du bist wirklich aufgeregt und verärgert. Und jetzt hast du jemanden gegenüber, der in der Lage ist, im Gespräch mit dir, dessen Stimme oder deren Stimme so klingen kann, dass du abgeholt dich fühlst, wahrgenommen dich fühlst. Und das wird aber ganz sicher nicht das Eins-zu-eins-Spiegel in deiner Aufregung sein. Sie sehen das jetzt nicht, aber ich bin richtig so einen halben Meter zurück vom Mikrofon, weil das ist energetisch krass. Sondern jetzt wird es wieder darum gehen, dass diese Stimme dir in einem gewissen Ausmaß Sicherheit bietet, aber dir signalisiert, dass du empathisch aufgenommen und wahrgenommen bist und dadurch in deinen Gefühlen, in deinen starken, also dass deine Gefühle im Moment mal sein dürfen, das wäre dieses empathische Wahrnehmen von der anderen Seite und das kann die Stimme leisten. Und das ist der dritte Eckpunkt von den vier Eckpunkten im Stimmquadrat. Wenn ich dich jetzt aber heute entlasse, muss ich natürlich nach dem vierten fragen, mein Lieber. Oder das Selbstempathie-Attribut, das in der Lage ist, Menschen auch in emotional aufgeheizten Situationen abzuholen und nicht zu brüskieren. Ja, und das vierte Attribut, dem werden wir ganz sicher eine eigene Episode widmen, irgendwann mal, das ist das, was uns am Telefon, wenn das Telefon läutet und wenn du abhebst und dich meldest und da kommt so eine Stimme, die sagt, Hallo, grüß Gott, Herr Giermeier. Frau Zahnarzt-Bohrer. Und dann weißt du schon, ja, was weißt du eigentlich? Du weißt dann, dass diese Stimme dich in einer Rolle anspricht, in einer Funktion und nicht als Mensch und Individuum. Das ist das Beziehungsattribut und das ist, würden wir jetzt über viele Business-Momente sprechen, das zentrale Attribut in der Business-Kommunikation. Die Fähigkeit, unsere Gesprächspartner, mit denen wir Geschäfte machen wollen, mit denen wir Schritte in ein Projekt gehen wollen, die wir, ja, für irgendwas brauchen, ja, die müssen für uns irgendwas tun, wir wollen sie vom richtigen Weg überzeugen, ja, dass wir in der Lage sind, die als Individuen, als Menschen mit persönlicher Geschichte, mit Empfindungen, mit Befürchtungen, mit allem Möglichen wahrzunehmen und das widerspiegelt sich massiv in der Stimme. Und das ist im limbischen Gehirn, soweit ich es verstehe und aus vielen, vielen Gesprächssituationen, aus vielen Telefonaten, aus vielen Verhandlungen analysiere, das K.O.-Kriterium im Beziehungsgehirn des Menschen im limbischen Gehirn, die Ampel auf Grün schaltet und nicht auf Orange oder auf Rot springen lässt. Wow. Ja. Ja. Du hast uns jetzt da durch dein Quadrat geführt und so im Nebenbei eine kleine Einführung in die Biologie der Stimme auch mit eingebaut, lieber Arno. Ich denke, wir kommen für diese Episode zumindest einmal zu einem wohlklingenden Ende und ich freue mich wirklich sehr, sehr, jetzt Teil deines Podcasts sein zu dürfen und auch in Hinkunft immer wieder als Gast mit dabei zu sein. Ich hoffe, euch zu Hause, ihnen daheim gefällt es auch so. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen und Arno, möchtest du uns noch was mitgeben? Selbstverständlich. Vorbereitung ist ja bekanntlich alles. Was ist denn deine Erfahrung mit dem Thema Sympathie der Stimme? Schreib's mir. Schreib's mir in die Kommentare oder schreib mir eine E-Mail an podcast at arno-fischbacher .com Dafür schon mal vielen Dank im Voraus. Dein Arno Fischbacher, dein Business Stimmcoach. Fischbacher 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 Fischbacher